Kommt Leute, es geht los! Poppy, es wird Zeit für die königliche Hochzeit. Heiraten wir! Rich! Was? Ich meinte natürlich Bridget und Grizzle heiraten. Ja, wär ja voll schräg, wenn wir heiraten. Ja, super schräg. Oh Mann, das war ne irre Junggesellen-Party. Herr Wolke fühlt sich nicht so gut. Heini Diamond, du bist ein niedlicher, kleiner Blumenjunge. Wirklich, Daddy. Ich bin ein niedlicher, kleiner Blumenmann. Liebe Gemeinden, wir haben uns heute hier versammelt. Stoppt, ihr Hochzeit! Ich bin John Dory, Brents verloren geglaubter Bruder. Oh. Was? Oh, Drama. Popcorn, Dinkels. Du bist der Typ von Brozone. Wir haben gerade eure Songs gehört. Baby, Brents! Das alles war einmal. Brents, warum hast du mir nie erzählt, dass du einen heimlichen Bruder hast? Ich korrigiere. Er war mein Bruder. Meine Brüder haben mich verlassen und sind nie zurückgekommen. Brents, wir laufen nicht mehr in sync. Wir wohnen von Boyz to Man und jetzt gibt's nur noch One Direction für uns. Zu den Backstreet. Brents, suchen wir die restlichen Brüder und bringen die Band wieder zusammen. Row Time! Das wird das beste Familientreffen aller Zeiten. Brozone 2.0. Brozone Wiedervereinigung. Brozone, es gibt wieder Bros. Brozone, wo sind die Bros? Keine Ahnung, aber wir finden sie! Alles klar! Tiny, Brents, Poppy und irgend so'n Typ gehen auf musikalisches Abenteuer. Oh, hey Tiny! Dieser Knopf da, siehst du den? Oh, du meinst den Knopf, den ich eigentlich unbedingt drücken will? Drück drauf! Ohohoho! Du Hustle! Ohohoho! Du Hustle! Wow! Das war ein bisschen zu viel, Hustle. Hä? Sieh dir das an! Da, die da weise. Da, 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 we jokaotlich. König Rocketon. Und vielleicht macht den Gr posible Ohohoho! Vielen Dank.